Florian Silbereisen ist Chef-Juror der neuen Staffel von Deutschland sucht den Superstar und ersetzt somit Pop-Titan Dieter Bohlen. Auf diesen Job hat aber auch noch ein anderer Schlagerstar gehofft. DJ Ötzi wäre Flori gerne zuvor gekommen. Da ist mir leider ein Freund zuvor gekommen, wenn nicht sogar einer meiner besten Freunde, so DJ Ötzi gegenüber Promiflash. Schade für DJ Ötzi. Da sich die Jury von DSDS aber fast alljährlich ändert, hat er vielleicht noch in einem anderen Jahr die Chance. Spaß hätte er an dem Format auf jeden Fall, wie er gegenüber Promiflash erklärt. So ein Angebot interessiert mich sehr, weil das auch Spaß macht, also nicht junge Menschen zu bewerten, aber zu motivieren und Talente zu fördern. Trotzdem läuft es für den Anton aus Tirolstar beruflich super, weshalb es ihn nicht ganz so traurig gemacht hat, kein neuer DSDS-Juror zu werden. Jetzt gerade habe ich so eine Freude und Liebe dem gegenüber, was ich mache und habe auch so viel bekommen von vielen, vielen Menschen, dass es jetzt noch nicht an der Zeit ist, an etwas anderes zu denken. Wer weiß, vielleicht sehen wir ja DJ Ötzi in ein paar Jahren in der DSDS-Jury, womöglich sogar neben seinem guten Freund Florian Silbereisen. Auf Wiedersehen! Untertitelung im Auftrag des ZDF noch Untertitelung des ZDF, 2020